Die Airbrush, die wir im Lederzentrum bei Color-Lock meistens verwenden, ist von der Firma Ritsch AB 300 mit einer 0,3er Düse und einem Fließbecher hier oben mit Deckel. Noch mit dabei ist ein bisschen Werkzeug und ein Schlauchadapter hier. Was wir noch mit dazu packen, ist ein Textilschlauch, der schön flexibel ist, keine Kratzer macht und der passende Anschluss für deinen Kompressor.